Iiiiih, Dreibeine. Like. Das hier ist Citroxer Sicht. Hä? Hast du es nicht gehört? Hä? Was war das denn? Hast du es nicht gehört? Doch. Hä? Was war das denn? Ja, Glas. Hä, willst du mich verarschen? Alter, das ganze Bett ist voll, Mann. Hä, willst du mich verarschen? Hä? Hä? Was ist denn? Was war das denn? Ja, es war ein Glas, habe ich doch gesagt. Du bist echt eine Zange, Mensch. Hä? Junge, hier sind überall so Splitter, Alter. Das war so ein Glas, aus dem man trinkt. Ja, war es. Ja, äh, Solink, äh, hi Leute. Soll ich dir mal was sagen? Was? Ich hab dich von vorne bis hinten verarscht. Das war so ein Video, wo man so abspielen kann und dann kommt so ein Glas zersplättungszaunt. Du bist echt behindert, Alter. Du bist echt behindert, Alter. Oh, Junge. Als hab ich jetzt so gedacht, dass du echt, ich hab ein Glas geworfen. Das, das, das klang so komisch. Ich hab erst gedacht, hä, was ist das? Ja, ein Glas. Ja, wollen wir weitergehen? Äh, lol. Was war, hä? Ja, das war ein Video einfach. Ja, okay. Ich bin real, ich werfe ein echtes. Begrüßung, pscht. So, Leute, äh, was geht dir auf? Okay, ich bin in der Stadt. Echt? Ah, ne, von hinten kommt so ein Typ und spricht mich an, aber will der kämpfen? Klarin. Ne, ne, du bist jetzt auch in der Stadt, krass. Äh, ich hab meine Pokémon ein... Alter, hab ich Texttempo immer noch nicht auf drei oder was hier los? Doch, hab ich, ey. Ja, krass. Ähm, ne, auf jeden Fall, wir müssen uns gerade ganz kurz, äh, ein bisschen einen Shoutout geben. Und zwar an Luke Nintendo. Weil, ich hab ja, ja, ein bisschen, was heißt, Werbung für das Projekt gemacht. Aber, er hat es erraten. Ja, weil ich gesagt hab, äh, Alter, ich könnt dir mal raten, es hat etwas mit Knuffense das Projekt zu tun. Und er hat's erraten. Ah, hab ich gesehen, ja. Ich hab aber gesagt so, ja, ne, ist aber nicht und so. Aber er so, ja, schade, Alter. Aber doch, du hast das richtig erraten. Du bist ein absoluter Boss, mein Freund. Ich bin jetzt im Turm. Was? Hä, als ob? Ja. Hä, als ob? Okay, dann sind wir jetzt bei dem Turm. Der Knuffenser-Turm. Wir dürfen alle Items aufheben. Wir haben extra nachgeguckt. Hier ist kein Pokéball. Ja, unter den Items. Ich darf schon ein Pokémon fangen, aber hier kommen Erinnerungen hoch. Ja. Weshalb der ganze Scheiß hier gefloppt ist. Ich will den Kaktum schocken. Spaghetti. Ja, ist vom Typ normal. Vom Typ Eis-Psycho. Achso, ja. Hä, das hast du, glaub ich, schon in Schwarz gesagt. Ja, der sieht auch so aus. Ja, moin. Das erst... Ja, Alter, die rasten ja wieder komplett aus, ne? In Galakladi. So, Spaghetti. Man müsste jetzt dieses Spaghetti einfügen. Spaghetti. Ja, auf jeden Fall, Knuffenser-Turm. Wie ficken den jetzt? Jungs! Nein. Umwandlung 2. Das trinkt, glaub ich, gar nicht. Was? Zum Flugtyp. Zum Typ. Mit wem bist du drin? Ja, Spaghetti. Ja, weg. Megamind. Ja, Megamind killt. Nein, der fickt. Stimmt. Bora fickt und Megamind killt. Megamind killt. Ja, Mann. So, Partnamen gefunden. Oh, Mann, ey. So, Arceus kriegt auch mal auftritt hier. Ne, wie gesagt, äh, Knuffenser-Turm. Ich hasse dich, Mann. Hey, Mann, ey, wo ist Knuffenser-Turm, Alter? Ich fick dich, Mann. Das war mein Controller. Keifen, das ist doch dieser Eis, ne? Oh, ja, aber den mit Bora fickst du. Er setzt aber vorher, also du, bleib mit, bleib mit, bleib mit, bleib mit, nein, 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 ja, meine ich ja. Bleib mit dem, ja, Magnetflug. Ja, Magnetflug. Alter, Ehrenmann, er checkt's. Bin doch. Ja. Ich kenn Pokémon. Hallo? So, Freunde, heute, die FIPPK, ne? So. Ihr könnt mit mir übrigens in Minecraft Rudel gucken. Was? Minecraft was? Nein, das konnte man bei der WM, so die Spiele in Minecraft, konnte man sich in einem Raum treffen, dann auf einem Fernseher die Spiele gucken. Ja, ey. Vielleicht geht das ja. VENOFLIBIS. Alles klar. Ne, das wird wohl mit dem Diff Pippo gar nicht funktionieren. Aber, Leute, ähm, ich ragt euch ein. Oh, ich hoffe echt, ne, dass ich hier keinen Müll krieg in dem Scheißdreck. Ich will den guten Encounter jetzt haben. Rihornioa, Alter. Und ich will keine Kacke, wie ein Scheiß, wie heißt das Pokémon? Müll. Also mein Arceus, ne? So ein Dreck will ich hier nicht sehen. Boah, Rihornioa ist saustark, Alter. Rihornioa? Aber ich habe ja schon einen Magnetflug eingesetzt. Ja, dann ist ja alles episch. Oh, Junge, dass du Magnetflug hast, rette den Arsch. Ah, ne, Hornattacke ist nicht diese K.O. Ja, ey, leck mich am Arsch, Alter, Hornattacke crit tot. Das war nicht sehr effektiv. So, Freunde, übrigens, ähm, also die Souling von Schwarz war ja so krass, die kann man nicht überbieten. Deshalb tut mir einen Gefallen. Und liked die Folge. Ne, guckt euch diese Souling erstmal nicht ein. Gebt ein Dislike, schaltet jetzt mal weg und guckt mal Schwarz, ja? Schwarz ist beste. Das hier ist scheiße und Platin auch. Deshalb, Leute, abschalten, disliken, kommentieren der Hurensohn. Oder, äh, ja. Ich sehe jetzt schon die Kommentare, ne? Die Hälfte mit Hurensohn. Nein, ich weiß noch einmal, bei mir, also als mein Part war, da habe ich das auch gesagt. Ja, alle mal disliken. Ja. Elf Dislikes oder so, und vier Likes. Oh, wie geil, ey. Oh, Mann, ey. Ihr seid Ehrenmänner, Leute. Ich weiß, ob das so cool ist. Ja. Sticht so ein Video richtig da raus. Das ist so dieser blaue Balken da so richtig niedrig, Alter. Oh, auch ein Keifel? Absol. Der ist doch hier... Oh, Unlicht. Unlicht. Sau stark. Äh, Unlicht. Fuck! Ey, Rack, Alter. Keifel fickt mich komplett. Oh, jetzt geht das wieder los. Ey, ich muss riskieren, mit Clashparker einmal drin zu bleiben. Ich muss ja in Spaghetti bleiben, eigentlich. Oh mein Gott. Ja, muss ich. Ja, kannst du eigentlich auch, ja. Ne, muss ich, weil Natu ist schlecht und... Ach so, ja klar. Und Metacross auch, ja. Sicher. Der ist nicht schlecht, sondern... Hast du nicht Egelsamen oder Schlafpuder oder so? Schlafpuder hab ich. Aber ich hab jetzt auf Absorber gedrückt. Ja, ich würde auf Schlafpuder gehen, dann kannst du... Ja, boin. Der ist Level 3. Das wird ein Two-Hits. Deshalb. Okay. Er hat ihn zurückgeholt. Richtiger Ehre, Mann. Hä? Tusker. Ja, okay. Tusker. Ja, Absorber ist jetzt nicht so effektiv. Müll. Fuck. Metallklau von Lucario. Aber ohne Witz, ich hab gar keine Angst vor dem Klo-Fenserturm heute. Ja. Sag ich und gleich werde ich so gebumst. Von Keifel, Alter. Und zwar von vorne... Ne, den hab ich schon gekillt. Also was. Aber von vorne bis hinten gegen, ich wette. 10 Euro Pay-Safecard. Oh, Giftstachel, keine Wirkung! Ah! Ich hab jetzt noch keinen Encounter gesehen, das ist eigentlich ganz cool. Ich auch nicht, tatsächlich. Ja, aber beim Klo-Fenserturm ist das am Anfang auch so. Oh mein Gott! Ich hab den Boost von Metallklau bekommen. Ja, jetzt fickst du alle. Ja, aber wenn er jetzt wieder den ganz herz, bringt der wieder Absol. Jetzt muss ich wechseln. Wobei der ist Level 3 und nicht Level 11 und nicht mehr noch Plus 1. Schalt ihn weg, ja. Ja. Ich bin auf Plus 1, Alter. Wegzittert. Und der hat ja schon die Hälfte der Leben weg. Ja, Junge, der ist... Und? Ja, der ist tot. Er hat auch Speeded, aber Aufentlegung hat viel geschlagen und jetzt hab ich gekillt. Ja, ey. Alter. Oh Mann, ey. Geile Scheiße. Was guckt euch das Video noch an, Leute? Schaltet weg und guckt den Schwarz, Alter. Ach, halt die Fresse. Guckt auch das hier. Ne, ihr macht folgendes. Leute, ihr öffnet zwei Tabs und guckt beides gleichzeitig, Alter. Und beides mit Lautstärke. Ihr werdet zwar gar nicht verwirrt, aber ist egal. Ja, genau. Übrigens, ihr habt ja noch ein paar Fake-Accounts gemacht vom letzten Projekt. Grabt die mal bitte aus und liked das hier, Alter. Also liked bitte die Folge, schreibt mit jedem Kommentar, bitte. Ja, Leute. Willkommen zu einem neuen Part. Erstmal ein Like dafür. Erstmal ein Like, Leute. Das war's dann mal wieder komplett. Tschüss. Das war's dann mal wieder komplett. Pupanz, Alter. Wenn der Finale einsetzt, bin ich tot. Das war's dann mal wieder komplett. Das war's dann mal wieder komplett. Halt mal dein Maul. Und die mal noch Level 3 bei dir? Äh, ja. Ja, okay. Oh, jetzt kommt der mit Komprimator, Alter. So, ich bin jetzt schon oben, ne? Als ob! Doch! Höh! So, hier, knuff'n unser Tum. So, ich, ich lauf' jetzt rum wegen nem... Ah, ne, ich lauf' jetzt nicht rum wegen nem Counter, oder? Was meinst du mit oben, äh, da wo die vier Spasten hintereinander stehen? Ja, ja, genau. Hast du eine, hast du schon alle gekillt? Ja, die bis jetzt, bis jetzt. Der kann Feuerzahn! Alter. Mit wem? Wer denn? Ja, Spaghetti bin ich drin, aber das hat nix gezogen, weil er nicht frei ist. Wer denn? Mit wem bist du? Wer ist denn von dir? Pixi. Oh lol. Wer hat dieses Metronom gemacht, oder so? Ach so, ja, als ob der Feuerzahn kriegt. Was ist das denn für ein Lucky Hurensohn? Aber das hat grad mal zwei Schaden gemacht. Was ist das für ein Boss? Starap... Staraptor? Aber den klatschst du weg. Ja, eben. Ich hab' nur ein Problem. Wir müssen Cut machen. Glaub ich. Ja, wir müssen Cut machen. Warum? Weil meine Rom ein Hurensohn ist. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, ich hör' keinen Sound mehr. Und, äh, schwarzes Bildschirm. Und, ich drück' jetzt mal auf Metallklaue. Damit dieses verfickte Sterlober komplett gekillt. Okay. Ja, gut. Ich bin jetzt auch wieder hier. Mein Screen geht auch wieder. Ich glaub' wir haben jetzt auch ne Lösung gefunden. Ja, Müll. Haben wir nicht? Ja, ja, nicht ne Lösung, aber ne Idee. Amsterhaus. So, mein Gegner... Jawoll! Genau! Tschüss! Von welchen Typen? Elektro, siehst du den nicht? Ne, der ist noch nicht drinnen. Du Fixer! Was? Ja, da geh' ich mit Mega-Meister. Ja, äh, vor mir steht direkt mal ein Zapdos. Leute! Könnt ihr mal die Fresse halten? Warte mal, was macht Magnetflug? Hä? Das hast du doch schon acht Mal gemacht! Anwender schwebt für fünf Runden durch elektrische... Willst du mich sauer machen, oder was? Ja, was heißt denn das? Was macht ein Magnetflug nochmal? Hab's vergessen. Was macht? Was ist doch gerade von... Was macht das? Das ist... Was... Ne... Ne... Was macht das? Bodenattacken haben so keine Wirkung, weil das sehr effektiv dich komplett in den Arsch bumsen würde. Ja, aber Ampharos ist ja Elektro. Ja! Ja, warum sagst du dann, äh, hier Ampharos? Hä? Bist du behindert? Wie, ich sag' Ampharos. Ja, es... Wenn Ampharos vor dir steht, dann ist das ein Ampharos! Ja, eben! Warum dann Magnetflug? Vor allem, ich weiß... Das hab ich nicht gesagt, dass du das einsetzen sollst! Ja, hab ich ja nicht! Ich hab ja einen eigenen Kopf! Ja, sollst du ja auch nicht! Ja, hallo? Ja, hi! Wie weißt du jetzt so aus? Ja, weil du mich, glaube ich, grad wieder verarschen willst! Was hab ich denn gemacht? Ja, hi! Warum... Äh, hast du gesagt Magnetflug? Hab ich doch gar nicht! Ich hab gesagt, warum hast du gesagt Ampharos nicht Magnetflug? Hab ich irgendwann gesagt Ampharos nicht Magnetflug? Ne, hab ich nicht! Äh, du verwirrst mich grad komplett! Äh, incognito! Der ist doch vom Typ wie ein Käfer, oder? Äh, ne, Psycho! Äh, und vor mir steht ein Zapdos! Junge, ey, was ist denn hier wieder los im Knopfhänzerturm? Hi, das Zeug das, was nicht in den Ball gegangen ist! Halt deine Fresse, jetzt wirst du dafür sterben, dass du nicht in den Ball drin geblieben bist, Alter, du Hurensohn! Tschüss! Warte, Kraftreserve? Ist das gefährlich? Öh, das kann immer einen anderen Typen haben. Keine Ahnung, was das mal noch ist. Äh, ja... Das macht aber nie viel Schaden, also von daher. Du kannst hier deine Dinge wegwerfen. Ja, kann ich nicht, weil der gar nichts kann. Der hat einen Angriff, du Hurensohn. Er hat ein Auge. Ein Eumelauge. Eumel! Das hab ich doch schon mal irgendwo gehört. Willkommen in der Anstalt. Und zwar in der Anstalt der Komplettkranknigen. Der Anstalt der... Oha! Jesus! Ich bin ein Eumelauge. Hallo, ich bin gleich durch mit dem Klofenzerturm. Geil! Ja, ich auch, hallo. Ja, äh, Astrein! Und ich hab noch keinen Encounter gesehen, was ein bisschen traurig ist. Ja, Mannesflug, Clutexo, alles klar. Hä? Clutexo fick dich ja komplett. Nö, warum? Ja, weil der Feuer ist. Ja, ich geh zu Megamind. Der fickt. Der ist doch Stahl! Ja, und? Ja, ach so, Feuer ist ja nicht so effektiv, stimmt! Ja, er macht nur Heuler. Alter. Alter. Warte, da stand irgendwas mit Nitrolatose oder so. Mit Nitrolatose! Hahaha! Ah! Ja, er ist Level 6 und ich bin Level 12. Oh, mein Encounter, mein Encounter! Mein Encounter ist... Okay. Ich hab meinen Encounter gerade. Wer ist denn das? Bisazam! Aber du hast doch keinen Pokéball, oder nicht? Ja, doch! 20! Von wem? Ja, noch vom Anfang! Alle meine Pokéballs sind im ersten Ball drin geblieben! Du hattest gar... Du bist durch den Chlorvenza-Turm durchgelaufen, ohne dass sich irgendjemand... Ja! Ah, hier ist Citrox! Hahaha! Ja, was?! Ja, da steht! Ich glaub' ich hab' den ja Citrox genannt, den ich hab' den. Stimmt! Hä, du bist schon bei dem da oben?! Warte, Citrox flüchtet oder so stand da grad! Hä, lol! Du bist weiter als ich?! Du hast doch grad gesagt, du bist damit durch! Fluchtseil! Ja, ich bin jetzt ja gerade... Ja, du müsstest noch den Opa ansprechen! Das ist der letzte Trainer und der hat mich gefickt! Dieser Hurensohn! Das ist ein Fixum! Warte, warte, warte! Wieser Sam ist drin! Wieser Sam ist drin! Okay, nice! Geil! Ja, und ich muss gleich mal gucken! So, wieviel Trainer... Wieviel Boke... Papinella! Das geht! Das geht voll klar! So, okay! So, Bieser Sam ist in meinem Arsch! Mega Boss! Ja, so heißt ja der Spasti aus Mario 3! So hätte ich denn den müssen! Mega Boss! Mega Boss! Mega Boss! Mega Boss! Genau! Mega Boss! Ähm... Äh... Wie nennen wir... Bieser... Bieser... Bieser Sam... Äh... Bieser Samen... Samen... HD! Ja, ich bin jetzt... Oh nein! Papinella gewonnen! Hitsits! Nice! Samen... HD! Ach Gott, ey! Wo bin ich hier? Glutexo schon wieder! Willst du mich verarschen? Hey, das ist mega kacke, Alter! Ja, weil... Wenn der... Der hat schon mich mit Glute gerade übelst die Probleme gemacht! Hast du ihn denn geheilt, dein Pokémon, oder? Ja, mit was? Ich hab ja kein Geld oder nix! Aber du hast Tränke bekommen am Anfang des Spiels! Ja, aber er ist noch im grünen Bereich! Okay, das war gut! Ich hab auch eins! Er setzt wieder Glute ein! Ja... Alles klar, warum macht das jetzt viel weniger als vorher? Hä? Willst du mich verarschen jetzt? Und es war eigentlich mal ein Crit vorher oder so? Ja, ich hab sechs Tränke! Okay! So, ich mach jetzt den Trainer nicht! Ich geh jetzt auch zu den Hurensohn! Wenn der mich jetzt ficken, dann rass dich aus! So, okay! Ich bin kacke! Alter! Er hat gequittet! Krass! Du bist mich verbrannt! Was ist das denn, Alter? Ja, Alter! Der Byrne kennt mich hier gleich noch! Und ich kann ja... Ich kann ja nirgendwo rein wechseln! Ich hab ja kein Switch in! Ich muss mich jetzt die ganze Zeit hochheilen! Aber wenn er mich jetzt nicht crit... Aber das könnte er jetzt nicht gequittisch! Warte, wenn er jetzt crit... Echt kritisch, Alter! Echt kritisch, Alter! Tohaido wäre hier gewesen! Willst du mich verarschen? So, ich heil mich nochmal, weil mit einem Crit könnte er mich killen! Also mit Byrne halt noch! Jetzt macht er 5 Schaden, Alter! So! Okay, gut! Jetzt kommt Glut! Bitte critte nicht! Danke! So! Warum? Fuckin' life, Alter! So! Es gibt ja immer den Spielraum! Aber wenn ich jetzt ne normalen Metallklaue raus hab! Wo ich jetzt mal nicht den Kack-Spielraum hab mit wenig Schaden! Den ich grad bekommen habe! Hätte ich gekillt! Jetzt kommt Glut! Ja! Alter! 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 12 KP! Ach, Junge! Warte mal! Spaghetti hat Deathwerte eines Dinosauriers! Ja! Aber keine spezialen Deathwerte eines Dinosauriers! Ja! Okay! Ich bin 3 Level drüber! Hab fast volle KP! 38 von 41! Kann schon bitte killen! Bitte killen! Bitte killen! Weil mir gehen die Tränke aus! Ich müsste eventuell zu ihnen switchen! Ich müsste ihn nur einmal mit irgendwas treffen! Und er ist tot! Glutexo! Ja! Okay! Mach! Geh das Risiko ein! Warte! Wie viele Tränke habe ich? Drei! Ja! Musst du machen! Wenn du es sonst nicht schaffst, dann musst du zu Bushi gehen! Zu dem Bushstar! Ich könnte mich auch versuchen mit den 3 Tränken mich auch irgendwie hoch zu heilen! Oh nein! Ein Hurensohn kommt ins Feld! Okay! Ich mach das Szenario! Ich kann ja eigentlich switchen, wenn ich will! Es kommt in Ikoro! Er fuckt mich safe ab mit diesem Anziehungsgewichse! Er macht nur Kratzer! Okay! Das könnte gefährlich werden, Alter! Das ist sehr gut! Das ist sehr, sehr gut! Ja! Das ist richtig gut! Oh mein Gott! So jetzt noch ein Trank und dann kann ich eigentlich... Was wegen Schambolzen! Deine Mutter stinkt! Oh mein Gott! Volle KP, Alter! Rund Spaß! Wenn er jetzt nicht crited, ist das alles gut! Es ist so behindert! Aber ich spiele jetzt mit dem Bedroher ein bisschen rum! Trotzdem sauviel Schaden! Aber ich outspeede! Ja! Tot! Sehr schön! Wer kommt als nächstes bei dir? Oder ist das der letzte gewesen? Das Ding ist... Ich bin ja immer noch geburnt! Habe ich irgendwie einen Entteilungsheiler oder so? Ja, weil so macht Metallklaue weniger Schaden, ne? Ja! Das war eben auch ein Problem! Willi! Das ist krass! Was? Willi! Willi? Fuck! Fuck! Ja! Fuck! Durchaus! Ja! Stahl wäre sehr effektiv! Aber... Ich kann ja... Ich glaube ich kann mal... Kann ich vielleicht... Für ein, zwei Runden zu Spaghetti um dann Megamind zu heilen? Das müsste eigentlich gehen, oder? Ja! Dürfte gehen! Ja, okay! Uh! Enekoro ist so eine Missgeburt, Alter! Ich hasse ihn gerade! Je! Du Plexieb! Der gibt mir die ganze Zeit Schellen, Alter! Der wichst! So! Bitte Clash Parker! Wach jetzt auf! Der trifft auch immer fünfmal! Der ist aber auch Level 10! Oh mein Gott, Alter! Ja, mein Enekoro hier auch! Dieser Missgestaltensohn! Das ist okay! Obwohl... Bei... 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 Ne, ich hab nur gegen jeden Fall- Dein Glash Parker auch gesagt! Bitte bitte bitte! Bitte bitte bitte! Man, ich kann das... Bitte bitte! Ich kann die Burnung nicht heilen! Bitte! Clash Parker! Das Ding ist so hässlich, Alter! Fickes bitte! Nein! Nein! Oh Junge, dieses Inekoro mit Gesang und Scheiß-Anziehung. Als ob du jetzt bei einem Inekoro verkackst, Alter. Ja, wenn er mich wegballert, Mann. Nee, ist es nicht. Doch. Ich kann ja nichts gegen diese Liebe machen, die suckt. Ja, jetzt weißt du, wie es mir ging. Hi, du Plexib. Ja, treff bitte fünfmal. Eins. Zwei. Ja, fick dich. Ich muss das treffen. Du Plexib. Ja, warum fängst du das Pokémon, hä? Ich fang es doch nicht. Ja, du so eins, zwei. Ja, weil er mich die ganze Zeit hittet mit diesem Scheiß. Wenn er mich jetzt viermal hintereinander voll Paralyse. Ja. Du fickst. Du machst mich so aggressiv. Die Burnung könnte ein bisschen kritisch werden noch. Ich habe ja keinen Frank mehr. Oh, Junge. Es ist zu arg, fuck. Ja, Sieg. Sieg. Sieg, heil. Du bist so brauche an das, Alter. Das ist mein Part. Das wirst du so hart zensieren. Hast du verstanden? Ja, ja. War klar. So. Hallo. Ich schwöre. Ich schwöre. Wir werden die Säule im Kappen brechen. 1200 Pokedollar, nice. Jetzt, oh. Dieses E-Nik-Ko. TM 70 erhalten. Was ist das? TM 29. Warte. Was ist ein TM 70? Weißt du bestimmt im Kopf, oder? Ja, Blitz. Als ob du so... Ja, ist echt Blitz, Alter. Ja, ich bin krass. Einsetzen. Wem bringe ich das bei? Fick dich an, du Wichse. So, nahezu beigebracht. Der hat ja eh keine Hand. Der hat ja noch da. So, jetzt kann ich eigentlich Fluchtseil. Ah, nee. Ich habe ja noch hier... Ja, mach Fluchtseil. Ja, okay. Verpiss dich dann da raus. Heil dich. Und, äh... Dann geh in... In das Center, wo du die Sachen kaufen kannst. Weil da ist jetzt ein Typ, der hat ein Ei für dich. Nee, ich bin ein Ei. Und das müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Was? Ihr seht das nicht, aber auf dem unteren Screen. Da steht halt, ne, Fluchtseil wurde ausgewählt. Was kann man damit machen? Einsetzen, geben, bewegen. Und da steht da Müll. Das ist auf... Nicht irgendwie wegwerfen, es ist einfach Müll. Ganz fett geschrieben, Müll. Ah, wie geil. Was ist Fluchtseil? Müll. Oh, Mann, ey. Mann, Clashparker, bitte wach auf. Ach, scheiße. Das ist eine Arena, nicht der Poké Center. Ja, geh da raus sofort, du gestörte Grad. Ich bin hier gerade da reingerast. Ich dachte, das wäre der Poké Center. Ja, wenn ich da jetzt in den Kampf reingelaufen wäre. Ach, stimmt. Wir müssen vorher die Arena machen. So, also was kann ich jetzt mit dem Ei machen? Ei, Ei noch nicht. Das kommt erst nach der Arena. Die Arena müssen wir machen. Das sind nur drei Trainer. Erstmal Arena? Ja. Da kriegt man ja auch Geld, ne? Ja. Dann mache ich das später mit dem Knopfhänser-Turm. Ja, okay. So, dann mache ich jetzt schon mal die Arena, ne? Ja, okay. Cool. Wo bist du überhaupt? Ich bin jetzt fertig geworden. Das Huren, so ein Pokémon hat mich ganz schön unter Druck gesetzt. Die Gesang-Anziehung, Wichser. Hier, wie lang ist das eigentlich jetzt? Also, wie lang war der erste Teil des Parts, wo wir da abbrechen müssen? Zehn Minuten, circa. Dann sind wir jetzt bei 24 Uhr. Ja, ungefähr 24 Uhr. Ich würde dann jetzt vielleicht, ja, ich mache jetzt, glaube ich, die Arena und, äh... Ja, kommt drauf an, was für Pokémon du da kriegst, nicht? Dass du dann auf einmal da so Pokémon kriegst, wo du acht Stunden reingst. Ich bin schon am ersten Trainer, ne? Achso, cool, cool. Alles klar. Alles klar. Er hat nur ein Arbok. Geiles Pokémon, Alter. Ja. Metagross sollte... Er hat Bedroher. Lol. Ja, Baba, ne? LOL. Affenalarm. Mama, das Spiel ist ja voll LOL. Was ist denn da LOS? Ach ja, das habe ich ja nur in einem Totenprojekt gebracht. Das muss ich jetzt noch ein bisschen durchziehen. Oh, nein! D-U-R-C-H... Ne, was labere ich doch? Z-I-E-H-E-N. B-A-N. Ich bin der K-I-N-G. Halt mir das Fresse. Ihr von welchem Typ ist eigentlich das Pokémon? A-R-B-O-K. G-I-F-T. F-D-I-C-H. Halt die Fresse. Leute, heute ist endlich wieder F- gescharfes SW完全. Genau. Was denn? Din needs to go. Ja, lol. Aber ich habe jetzt Funkensprung. Ja. Fick dich, Mann. Victorius hat jetzt Funkensprung. Ihr Wichser. ohne die beiden zu besiegen ja kann man kann man ja mache ich ja als ob der 400 erfahrung gibt direkt level 14 totaler betrug ob du jetzt ich weiß nicht die trainer geben gute erfahrung ich würde lassen ja natürlich ich dachte ich mache erst mal ein arena leiter und dann die trainer wäre auch nein das geht nicht das geht nicht ach so gut der zwei uhr mit leute vermissen wir müssen eigentlich unseren youtube-kanal schließen ja ja ich dann auch so gut um und dann alle videos weg ja jungen die rastet ja bei mir komplett aus mir machen ja was soll ich gegen bumi machen ja was so easy der fix ein schutzschild ja tot wenn er jetzt explosion macht steht pokémon warte neutral torse das heißt ich kann ihn kein bedroher einsetzen das heißt ich könnte echt sterben bitte was ich auch bumi kommt schon kommt schon ach der hat euch rein bitte 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 halt die fresse okay funken sprung bitte 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 paralysieren den huren so renter kenne ich gar nicht ist dieser vorrente aus mega cool ja ich habe ihn nicht ich habe ihn nicht EXPLOSION NEEIN RETZIER NEEIN well let the judges fern cause I saw the end before we began yes I saw you and I knew I had one so I took what's mine VICTORIAAA er ist getankt Ohohohoho, 14kp, du Wichser, auf einmal geht die Leiste da oben weg, ich denk so, was ist das, Explosion, Wichser man, du Nuttensohn, Victoria wäre gar nicht mal so schlimm gewesen, doch natürlich, das ist mein MVP gerade, ja, aber meiner nicht, ja, pff, alles klar, das ist eine Flugarena eigentlich, oder, ja, ach so, eine F, eine Flug, A, R, E, N, A, F, A, L, K, ist mein G, G, E, G, E, G, E, G, E, G, E, 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 Warte, ich hab ein Problem, ja, klar, jetzt mal ohne Scheiß, nimm ja, kann ich den angreifen, hast du eine Unlichtattacke, ne, hast du eine Flugattacke, ne, oder warte, hier, ich hab doch Natu, sag bitte, der hat schon eine, Attacken, ja, ganz schnell, ja, dann soll sie sein, das Ding ist aber, der ist kacke, grad mal Level 7, ja, egal, wird die schon nicht wegklatschen, oder, ja, dann wäre Victoria weg, ja, egal, egal, Schnabel, ja, okay, warte mal, ich hatte nen Boost Tempo Schub, ach so, okay, was, was, Ninjask, den kannst du immer treffen, ach so, Ninjatom war das, ja, ja, Junge, ja, raus mit dem Fixer, warte, Schnabel, äh, Quit, lol, wieder Boost, äh, ja, egal, raus mit dem Ding, der killt dich, ja, ja, aber ich hab ihm schon gut Schaden gemacht mit Schnabel, Der fuck alter ich hab gar keinen herzenfuck des Lebens Oh was du denkfeder alter Jooo Geil Samen hd Er hätte eh nur Sandwirbel gemacht Weil er war die ganze Zeit Temposchub alter Ja man die Oli chick Oh Wobei jetzt mehr Blutsäure gekommen Das wär echt befreundlich So ich lass aber mal Clash Parker in die Armee Ne ich komm abzu das muss gelevelt werden Ah ne ich lass mal Samen hd Ne Vorne Ich will ihm einfach ein paar Level jetzt schon schenken Oh man ey das ist so dumm Auch wenn es nicht sicher ist ob der in meinem Team ist Oder weil Ne halt eh eh Lumineon kenn ich gar nicht Das ist dieses Wasser Monein Pokémon Also Wasser Ja Ja dann hier Dingens Spaghetti Ich bin in der Arena Gegen Wie heißt der Erfolg Leute wie krass ist das denn ich bin vor Nero Im dritten Part Hä was wo bist denn du Ich bin beim Arenaleiter Ja ich auch Achso ich dachte du bist erst jetzt AHHHHH Das Dreckige Lumineon Ha Ha Äh Ey das nirht doch erst nochmal das kann doch gar nicht dreckig sein LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Aber wenn wir es ablegen, ist es sauber, haha. Wenn wir, wenn die Spucke von unserem Geschrei auf Lumineon kommt, ist es ja auch sauber. Nee, seid auch regech. Und du es da ist das erste Pokémon und es wurde geordnet Clash Parker! Alter, jetzt kommt er mit Anziehung! Oh, nee, Anziehung fackt ab. Galoppa! Oh, nicht gut. Nö, überhaupt nicht gut. Egal, Clash Parker, regelt! Warum hat das denn so wenig Schaden, Alter? Oh, Level 13? Fuck. Oh, lol. Okay. Kopfnuss! Routenschlag! Deine Mutter! Ey, du Wichser! Kopfnuss, wie viel machst du? Komm, ne Hälfte machst du, oder? Oh, jetzt kommt diese Star vor Liebe Müll, Alter. Ich glaube, ich baller jetzt mal Victoria ins Netz. Ja. Ah, der killt mich. Wegen dem Routenschlag nicht, dass auf einmal jetzt so Feuerzahn macht und... Heuler. Ich heule, weil ich einen Schwanz im Arsch habe. Ich bin 13. Fick dich. Ja, heutzutage sind wir schon bei... Hey, der ist ja Level 13! Ja, meiner auch grad Lumion. Ja, das hat aber gepasst, weil ich bin 13. Ja, ja. Boah, bitte sag, dass du jetzt triffst. Kommen wir auch ab, oder? Was? Gott sei Dank! Ich hab den Arena Leiter besiegt, glaube ich. Also sollte ich, oder? Juhu! 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 Das ist so ne Kacke, Mann! Ja, wechsel raus! Juhu! Nee, ich hab ihn jetzt eh gleich tot. Ja, okay. Ah, Victoria, please! Ja, tot! Bam, Alter! Juhu! 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 Mit, High... Nee, das kann ich leeren! Juhu! �cевич Lee akku, nee, ist nicht so cool! Was macht denn das? Juhu! Juhu! Ja, Verwurzla Unklamerung, komm, das kann ich wegleeren! Ja, okay, dann mach Umklang. Nee, scheiße, Mann. Ich bin zwar ein Feuer... Ein Flugareneleiter hat aber nur Feuer-Pokémon. Ja, was? F-A-L-K ist S-C-H. L-C-H-T. Und, Leute, der beste Sport ist natürlich F-U-Scharfes S-B-A-Doppel-L. Hey, Leute, wir kriegen Ruhe, oder? Hey, wie geil! Auf meinem Butterlander! Achso, ja, am TM 51, ne? Loll. Ja, lass uns jetzt mal das Ei abholen und im nächsten Part starten wir mit Wie bitte? Nein, wir starten so mit I? Ja, genau. So machen wir es, Alter. Ja, lass uns das Ding mal abholen. steht jetzt schon fest ja hier dann musst du da in diesen scheiß laden reingehen wo du alles kaufen kannst so da steht ein typ mit brille und ich habe das ei erhalten oder boke kommen alter 18 uhr 8 alles klar alles klar mit er wo steht nach hier dieser professor im laden ja ja nicht gesehene rachina alter dann kriegst du was rundes zurück meine eier klatschen an deinem arsch das tut so weh wenn irgendwie kennst du wenn die eier so irgendwas auf dem klodeckel wenn du denkst das klo ist auf aber ist auch zu und dann tut das tut so weh alter nein das kenne ich nicht das kennt man doch das kennt man doch oder nein das kenne ich nicht hey warst du nicht einmal so weg dass du dann aufs klo musstest dachtest der klodeckel wäre schon hoch ja zack große runter setzt sich aufs klo und dann merkst du einfach die schmerzen eines lebens weil der klodeckel eben noch nicht oben war nein das kenne nicht tatsächlich echt noch scheiße weh leute geht nie wenn ihr so auf der höhe seite aufs klo leute meine verabschiedung ja ja ich habe auch noch eine abschiedung verabschiedungsgrüße ja geht nämlich so so sparschwein du gehst jetzt erstmal sterben ja mega weg warum du bist echt so ein wichser so wollen wir den paar beenden so leute und jetzt ab in die zweite ne okay tschüss